Aloha und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Ja, weiter geht's hier in diesem wunderschönen Museum. Zwei Wachmänner werden noch vermisst. Und Cabal Pod, also den hässlichen Pinguin, wollen wir ja auch noch bekommen. Und Mr. Freeze retten. Und hier uns vielleicht nicht von dem Hai fressen lassen. Fände ich persönlich eine ziemlich geile Idee. Beim letzten Mal haben wir gesehen, da oben stehen noch drei Gegner. Ich würde am liebsten erstmal dahin, bevor ich in die Iceberg Lounge gehe. Deswegen hier runter. Vorsichtig aufs Floß. Und mit Explosivgel, nein mit dem, ähm, mit der Batcloth ziehen wir uns jetzt schön da drüber, damit uns Tiny nicht erwischt. Tiny, der kleine Spinner. So, dann schön geduckt hier. Vorsichtig langlaufen. Oh Gott, ich kriege immer ein Herzkasper, wenn das Eis bricht, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Kommen wir denn da hoch? Ja, kommen wir. Sehr schön. Und schwupp. Gut, dann Detektiv-Sicht an. Da oben stehen drei Stück. Einer hat eine... Was ist das denn? Was ist denn das Rote da? Das kann ich ja noch gar nicht. Das ist doch egal. Einer hat einen Baseballschläger oder ein Stahlrohr. Einer hat eine Weste oder eine Schutzrüstung. Und der andere ist halt Opfer. Dann würde ich sagen... Komm, Batman, wir sind hier. Ja, toll. Ja, hast du Schiss oder was? Nö. Ah. Worauf wartest du noch? Hast du Angst, kleine Fledermaus? Interessant. Ach, Freunde. Ihr seid lustig. Komm, hey, was macht er? Der hat da irgendein Computer-Dings. Ist nicht wahr. Ein Computer-Dings. Komm, zieh den Elektroschocker. So soll ich euch mal zeigen, was jetzt Sache ist. Das ist jetzt Sache. Suchst du deine Mami? So, und jetzt gibt's... Wie hat er das gemacht? Das Fressbrett, Freundchen. Nicht durch. Tja. Hat man euch wohl ein wenig verarscht? Du gehst kaputt, du... Au. Komm, greif an. Komm, schlag zu. Trau dich. Dunk. Au. So, geht... Ah, wo schlage ich denn hin? Bam, 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 bam. Sehr schön. Kopf gegen die Tür. Ich würde mal sagen, ich habe erfolgreich angeklopft. Das dürften jetzt, glaube ich, alle wissen, dass ich da bin. Hallo. So, Kommandozentrale. Das hört sich doch nicht so schön an. Hier ist nichts. Da hinten steht ein... Gegner. So wie es aussieht, bewaffnet, oder? Irre ich mich. Und hier kam doch irgendwo das Signal weg. Ach, nee, da ist jemand hinter. Hi, hallo. Warum bin ich da gerade rein? Das war bestimmt keine gute Idee. Und er da ist bestimmt auch nicht... Wir laufen einfach hier so Pinguine... Oh, Randale! Randale in Gossam City! So, da hinten gehört alles Joker. Da gehört das Pinguin. Sonst habe ich keine Ahnung, was diese ganzen bunten Viechers hier sollen. Hallo? Wer bist du denn? Oh, das... Nein, benut... Ja, wir benutzen es einfach. Muss ich es sicherlich vorstellen. Hm. Ist hier ein mausgezeichneter Krömerwissbeschlockler, der seiner Frau helfen wollte, dabei fast wahnsinnig wurde? Oder ein alter Mann, den ich auf die Grill gelegt habe? Ha, 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 ha. Benutzen wir das jetzt? Ach so. Wie kann ich denn jetzt den Mr. Freeze retten? Schauen wir mal, was hier drin ist. Was ist das denn? Ein Titanbehälter! Können wir denn da einfach mal so gegenwumsen? Nein. Können wir nicht. Wie kommen wir denn da rein? Da läuft ein Kabel, aber das Kabel bringt mir gerade gar nichts. Dann würde ich sagen... Was passiert, wenn ich da drauf werfe? Ja, boom. Da war doch noch einer. Jihiii! Boom. Dann würde ich sagen, sprengen wir eben die Wand kaputt und schauen, was wir uns dahinter haben. Au. Hallo? Ja, wer bist du denn? Ach, der Hammer. Ich werde dich in Stücke schneiden, Abramovici. Okay, kein Thema. Au, das hat wehgetan. Mal gucken. Du hast den anderen getroffen, du Lappen. Au. Ah, gut, er hätte jetzt aufpassen können. Wieso stirbst du nicht? Au. Meine Güte. Komm, jetzt nutzt doch mal hier die ganzen Kleinen erstmal um. Ich werde dich töten. Mal weg, da weg, da. Ach, Gott. Du siehst stark aus. Aber du bist nicht stark. Ich töte dich mit einer Art. Nein. Das glaube ich nicht. So, komm ran. Boah. Ich wollte gerade weghüpfen, ey. Ich werde dich töten. Mann. Mach doch mal hier den Move und den Move und dann... Au. Du siehst stark aus. Aber du bist nicht. Boom. So geht das. Autsch. Wer möchte jetzt noch was? Ha? Wer möchte, wer möchte, wer möchte. So, wo sind wir hergekommen? Da sind wir alle hergekommen. Wir machen wohl mal hier... ...Lösicht. Gucken mal. Achso, komme ich auch, glaube ich, an den Titanbehälter. Titanbehälter. Äh, werfe ich den eigentlich? Ne, ich muss den doch mit... So bestimmt kaputt. So war das, ne? Ja, ich sprühe da einfach mal wieder mein... ...mein Autogramm drunter. Dann renne ich lieber ein Stück weg und mach... Ja, natürlich. Ich spreng jetzt einfach alles. Neben Mission, brüchige Allianz. Noch drei Titanbehälter. Okay. Sonst ist hier nichts. Da ist ein Kasten. Den können wir mal eben kurz hacken. Weil ich das so gerne mache. Damit der... ...Gitter da... ...der... ...der Gitter... ...sieht aber nach einem kleinen Wort aus. Schauen wir... Oh, da. Skelet. Ha! Wie ich's wusste. Ich hätte Hacker werden sollen. So, geht die Tür jetzt offen? Sehr schön. Ja, Mr. Freeze kriegen wir da eh noch nicht raus, glaube ich. Wir müssen erst da durch. Aber wie kriege ich denn da jetzt das? Was ist das denn da? Oh, Skelette. Hier liegen überall Skelette rum. Ach, da ist noch ein Ding. Damit könnte ich dann theoretisch wahrscheinlich den Mr. Freeze rauskriegen. So, dann gucken wir erst mal. Es ist Mikro... Keine Ahnung. Warum mache ich denn das eine jetzt wieder weg, nachdem ich's hatte? Mikrowelle! Whee! Ich mag Mikrowellen. Die sind toll, die Teile. Hallo! Sah es auch mal besser aus. Das Argument bei so einem Verbrecher. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr. Wieso sollte ich ausgerechnet dir... Weil ich den Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Nein! Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecher-Chip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? Du hast mir ein Vergnügen, Victor. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Den Anzug habe ich doch schon. Neues Hauptmission sealt. Stelle Pinguin in der Iceberg-Lounge. Okay. Wo ist er denn jetzt überhaupt, der Kollege? Ach da. Hallo. Hole den Sicherheitsunterbrecher aus dem Anzug von Freeze. Ja, da war ich doch schon mal den ganzen Weg wieder zurück. Stimmt. Jetzt frage ich mich nur, wie komme ich gleich unbeschadet wieder aufs Eis, ohne dass ich von Tiny gefressen werde. Folterkammer, ja, ja. Kennen wir alles schon. Hört sich immer wilder an, als es dann im Endeffekt ist. Anscheinend beginnt das Eis aufzutauen. Oh Mann, dann hoffen wir jetzt, dass wir auf dem Teil landen, weil sonst sind wir ja im Arsch. Oh, was ein Glück. Ich kriege immer Panik bei solchen Aktionen. Das ist Explosivgel, das brauchen wir nicht. Dann ziehen wir uns erstmal in die Richtung ran. Hallo Batman, hörst du mich? Aber natürlich... Ja klar, ich bin ja nicht taub, du Vogel. Darum könntest beim Eislaufen noch ein bisschen Unterhaltung vertragen. Sag ihm deinen Namen, Kleiner. Ja, leck mich. Das Schweinchen steckt voller Leben. Ja, toll. Hören wir ihn beim Kriegen zu. Och nö. Was du hier hörst, ist ein verdeckter Ermittler, dem beim Minusgraben die Fählchen schon gefrieren. Ach, tja. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen Hammer hier nehme und... Sind die Hände ab, denke ich. Ach, hätte ich dir auch sagen können. Das war ja jetzt nicht so, äh... Kompliziert. So. Was machst du denn da? Ja, pass, pass auf. Finde ich gut, finde ich super. Pass du auf. Ja, diese Schockkanone, diese Eiskanone, die ist schon nicht schön. So, dann... Oh. Macht er selber. Also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. Krieg ich jetzt den Anzug? Darf ich? Darf ich? Meiner ist ein bisschen ramponiert. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Freeze-Sicherheitsunterbrecher. Wird dazu eingesetzt, um aus der Distanz Freeze-Waffentechnik zu deaktivieren. Die Entfernung zum Ziel muss dann bei möglichst gering sein. Ja, Wolligen kriegen wir hin. Liegt das jetzt auf Taste 5? Nein, offensichtlich nicht. Wo liegt es denn auf Taste 9? Ah, Taste 9. Gut. Dann laufen wir mal wieder auf den Fight her. Weil laut Mission müssten wir ja jetzt Stelle Pinguin in der Iceberg Lounge. Kriegen wir hin, denke ich. Hallo? Boah, diese ganzen Wege. Da haben wir uns den ganzen Tag nur mit Rennen beschäftigt. So, da hinten drin waren wir ja schon. Dann geht es jetzt hier lang. So. Müssen wir uns jetzt irgendwie noch irgendwann mit Tiny auseinandersetzen? Oder hat es sich ausgetanied? Dann so ranziehen. Komm her. So, auf das Floß. Und wir müssen irgendwo nach da hinten. Kann ich mich aber nicht da ranziehen. Dann würde ich sagen, geht es erstmal in die Richtung. Und dann nach da hinten. Wow, das war... Ich habe zwar jetzt nicht gesehen, dass es getroffen hätte, aber... Immerhin. Er zieht doch. Junge. Lass dir doch mal eine Runde... Oh, hi. Niederschlag. Doom, 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 doom. Wiedersehen. Ich hoffe, mein Boot zu fressen, du Arsch, ey. Hat der voll die Kombo abgekriegt, der Kackhai. So, jetzt sind wir weg. Jetzt kann der Hai uns mal kreuzweise. Obwohl, wahrscheinlich müssen wir da nachher nochmal durch. Man sieht den Hai aber auch wirklich überhaupt nicht. Blöder. Tiny blöder. Ja, allerdings, bevor wir weitergehen in die Eisberg-Lounge. In Richtung Pinguin oder Kabelpot. Wie auch immer er jetzt... Hai ist wahrscheinlich Pinguin. Ist ja auch egal. Beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Wir machen das Ganze im nächsten Part. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Kommentar, Daumen hoch teilen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo dalassen. Würde mir auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer... Bis zum nächsten Part. Haut's rein. Dann. 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 Vielen Dank.